Braa, BAK83, geil. Warum bin ich so schlecht für diesen Part? Es lässt mich viel zu fischen. Oh nice, ich hab's. So, kurzes Outro, wir haben 33 Versuche, ist das das wenigste, was ich jemals in Isidemen gebraucht habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt nicht viel, wo ich weniger gebraucht habe. Last Abyss habe ich mal 41. Ne, das ist das wenigste. Aber der Level ist cool. Gameplay ist ein bisschen buggy, aber ist halt auch ein 7. Was liebst du eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.